moin leute was geht was geht mein name ist youtube gamescom auf der playstation 3 ich habe gerade mein streichholz im mund gehabt ja warum wohl hi youtube wir gucken mal wieder die kommentare an und keiner hat mir die handynummer geschrieben sehr gut da kann ich euch auch mal meinen posteingang zeigen und auf paar abonnenten eingehen kannst du mal einen adventskalender special machen so wie dieser commander krieger also jeden advent musst du eine km von dir erspielen wenn du dir wenn du das schaffst musst du machen was für deine fans ja das problem ich bin nicht mehr auf diesem call of duty trip zur zeit ich spiel es ab und zu jetzt noch aber kann ich nicht mal aufstehen hier kann ich mal aufstehen so aber ja call of duty ist für mich jetzt vorbei in let's playerischer sicht so garage betreten was haben wir denn heute für geile fette karren wie beim letzten mal da bin ich auch glaube ich mal beim appartement gestartet auch mit so einer schrott karre aber ich will jetzt mal was schauen und zwar ob rockstar es jetzt endlich geschafft hat den aktienmarkt zu beleben nein der aktienmarkt geht immer noch nicht das gibt es doch gar nicht noch mal gucken finanzen reisen und transport und gratisautos genau gratisautos soll es ja geben das kann ich mir jetzt aber leider noch nicht kaufen würde ich mir aber jetzt gerne so gehen wir mal raus machen unser let's play together ach ja ich habe gesagt die handynummer ich würde mir ich würde gerne wünschen dass ich mir mal eure handynummer schickt damit ich euch mal anrufen kann so einfach mal ein bisschen labern bei einem youtuber habe ich es übrigens schon gemacht wer jetzt hier mein ding verfolgt mein google plus dingsbums da da seht ihr ja dass ich immer zu mr freako gehe das ist ja hier mr freako ja genau den habe ich einfach angerufen wird mir die nummer gegeben habe ich angerufen hallo hallo und dann ja ich bin der junge zocker von youtube hat sich auch ein bisschen gefreut dass er nein nein warum habe ich heute so viel pech leute egal das spiel ist ja noch nicht vorbei mal gucken wo wir jetzt hinkommen jetzt kommen wir irgendwo anders sind das blöde internet blödes internet hier echt aber egal moin moin ja cool jetzt habe ich schon alle waffen freigeschaltet ist ja cool ist mir auch ein bisschen lieber jetzt schon mal mit 1000 dollar hier guck mal hier was habe ich habe am start ach nerv nicht läster was habe ich denn an geld eigentlich das ist gar nicht baby jetzt bringen wir mal einen um mit dem headshot achtung 360 360 hier face clown achtung 360 aufgepasst ich drehe mich immer noch da bin immer noch in der luft und drehe mich immer noch so zeitlupe 360 moin 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 jo also der ist auf jeden fall schon mal tot so was machen wir jetzt erstmal brauchen wir ein fahrzeug das holen wir uns jetzt auch bitte auch weiber los aus dem auto raus schnell mann weiber weiber am steuermann die blicken auch nicht so habe ich das laut gesagt habe ich natürlich nicht so gemeint die blicken schon auf jeden fall nur nicht am auto ja auch am steuer ungeheuer sagt man ja auch so oder komm schon bin ich wieder geboren so jetzt hier unschuldige leute umbringen ist doch auch der letzte rotz so was macht man noch nicht jetzt bleibe ich jetzt mal hier stehen und mach mal was was ich mal machen wollte ist hier allerdings muss machen wir schon hatte gucken der karte was wir machen können was für aktivitäten kann man denn machen ja genau leute am golfplatz umbringen hau mal ab oh nein dieses blöde radio das geht mir auf den sack habt ihr es auch mit willkommen leute ey das glaubt ihr nicht lindsay lowen lindsay uah sorry lindsay lowen will rockstar verklagen das ist die braut auf eurer gta 5 cd oder bei mir zumindest ist die braut drauf also die frau mit bikini da kennt ihr doch alle oder schon irgendwie krass oder ich meine die sieht gar nicht aus wie lindsay lowen gut die augen ein bisschen aber sonst der rest ja die soll mal versuchen hier rockstar zu beklagen die hat doch keine chance bestimmt spielen die richter auch gta 5 und äh da ist die klage sowieso im eimer also lindsay lowen he das spiel spielt jeder selbst der obama ja der obama spielt das auch denkt ihr das nicht so obama oh hi ich bin obama he he wenn er online zockt obama der präsident der vereinigten staaten ich kann es mir richtig vorstellen so hey ich bin obama was geht frauenquote anordentlich gibt es nur in deutschland hoi Dies sprengstoff fest sprengstoff hä ist er gar nicht hoch gegangen dann börne ich alle weg da lamborghini das ist ein lamborghini guck mal um baby ist das geil ja ihr wisst ja vielleicht ich bin immer noch in der naht das muss ich noch sagen umbringen dazu zurzeit ist sehr wenig auf meinem kanal das mit einfach berücksichtigen ich sag ja immer 24 stunden ein video aber wahrscheinlich klappt das nicht immer acht manchmal nur drei tage ein video so jetzt bin ich hier im ding im golf ball teich also da schwimme ich jetzt gerade ein bisschen ja komm schöner ausblick dahinten ist noch mal ein golf mobil siehst du das ja das war es eigentlich mit let's play together gta5 ich hoffe es hat euch gefallen ich nenne es einfach mal gta5 online oder labifun keine ahnung haut auf jeden fall rein dieser die geilsten und bis dann ciao moin moin